Server Backups in Ark Spielst du regelmäßig Ark, hast du bestimmt schon eine Menge Dinge erlebt. Sei es, unzählige Dinosaurier zu zähmen oder zusammen mit deinen Freunden eine neue Base zu errichten. Denkst du daran zurück, wie das Ganze angefangen hat, bemerkst du recht schnell, wie viel Zeit eigentlich dahinter steckt. Umso blöder, wenn dein Server nicht mehr richtig funktioniert und du befürchtest, wieder von vorne anfangen zu müssen. Das muss aber nicht sein. Dein Server bietet dir nämlich auch die Option, Backups durchzuführen und wiederherzustellen, damit du bei Problemen eben nicht von vorne starten musst. Mit Backups kannst du jederzeit einen älteren Speicherpunkt von deinem Server wiederherstellen und damit sicherstellen, dass wieder alles wie vor dem Auftauchen der Probleme funktioniert. Natürlich kann es vorkommen, dass man dabei etwas Fortschritt verliert. Allerdings ist es immer noch besser, nur ein paar Stunden Fortschritt zu verlieren, als ganze Tage oder Wochen. In diesem Video zeigen wir dir, wie du Backups erstellen kannst, ausfüllen kannst und was du sonst noch beachten musst. Automatische Backups und Wiederherstellungen Nennst du dich Besitzer eines Nitrado-Arc-Servers, kommt dein Server mit automatischen Backups. Dabei gibt es zwei verschiedene Typen von Backups. Einmal Karten-Backups und Server-Backups. Karten-Backups oder spielinterne Backups werden mehrmals pro Tag erstellt, während Server-Backups nur einmal pro Tag erstellt werden. Mit diesen Backups bist du in der Lage, deinen Server zu einem bestimmten Standpunkt zurückzusetzen. Ist deine Karte plötzlich kaputt, dein Spiel funktioniert nicht mehr richtig, was auch immer. Mit einem Backup bist du in der Lage, einen Zeitpunkt wiederherzustellen, zu dem alles einwandfrei funktioniert hat. Dabei verlierst du allerdings etwas Fortschritt, je nach Backup-Typ. Jedoch trotzdem besser als ein kaputtes Spiel oder noch einmal ganz von vorne anzufangen. Um deine Server-Backups zu finden, musst du nicht viel tun. Geh auf dein Arc-Surviver-Evolved-Server-Panel und wähle links aus dem Reiter Werkzeuge die Option Backup-Wiederherstellen aus. Von hier aus bist du in der Lage, verschiedene Backups wiederherzustellen. Hier siehst du auch die verschiedenen Typen. Einmal die Karten-Backups bzw. die spielinternen Backups. Und dann die Server-Backups von einem oder mehreren Spielen. Bei uns ist hier zum Beispiel noch der Landwirtschaftssimulator 22, da wir dieses Spiel ebenfalls auf unserem Server installiert haben. Als letztes haben wir noch ein Datenbank-Backup. Die bringen dir dafür allerdings nichts. Die kannst du ignorieren. Neben dem Backup siehst du auch jedes Mal, wann ein Backup gemacht wurde. Wenn du ein Backup wiederherstellen möchtest, drücke einfach auf den roten Wiederherstellen-Button. Dein Server fragt dich jetzt noch einmal, ob du dir sicher bist oder ob du das Backup planen möchtest. Je nach Backup-Typ. Bestätige ein weiteres Mal. Nun sollte dein Server mit dem Backup beginnen. Während des Backups startet der Server mehrere Male neu. Lass ihn dafür einfach sein Ding machen. Für gewöhnlich dauert es nicht länger als 20 Minuten. Ist das Backup fertig, startet der Server wieder von neu. Nun solltest du wieder in der Lage sein, problemfrei durch die Lande zu streifen. Lokale Backups sind eine weitere Option, deine Daten zu sichern. Dadurch speicherst du die Backup-Dateien nämlich einfach auf deinem PC, zusätzlich zu deinem Server. Damit gehst du noch einmal mehr auf Nummer sicher, dass du deine Daten nicht verlierst. Um deine Backups lokal zu speichern, musst du folgendes tun. Zuerst benötigst du ein FTP-Programm, wie zum Beispiel FileZilla. Damit loggst du dich in deinen Server ein. Wir haben bereits ein Video zu FTP-Programmen gemacht, was du dir hier ansehen kannst. Navigiere dich als nächstes durch die Ordner ARC SE, Shooter Game und Saved. Hier findest du drei wichtige Ordner, und zwar Config, Logs und Saved ARCs. Der Logs-Ordner erscheint nur dann, wenn du dein Spiel bereits einmal gestartet hast. Der Config-Ordner beinhaltet alle wichtigen Server-Konfigurations-Dateien, wie zum Beispiel die Game-Usersettings.ini-Datei, Game.ini-Datei oder die Engine.ini-Datei. Im Logs-Ordner findest du dabei allerlei Informationen über deinen Server. Wann tritt ein User bei, wann wird ein Update installiert und sonstige Informationen, mit denen du überwachen kannst, was auf deinem Server passiert. Der letzte ist Saved ARCs. Das ist wohl der wichtigste der drei Ordner. Diese enthält nämlich alle deine Spieldateien, wie zum Beispiel deine Speicherstände. Bist du auf der rechten Seite in dem Ordner gelandet, kannst du auf der linken Seite einen neuen Ordner auf deinem PC erstellen und nenne ihn am besten ARC-Server-Backups und das Datum. Damit findest du den Ordner einfach besser wieder. Doppelklicke danach den gerade erstellten Ordner. Markiere nun die drei Ordner auf der rechten Seite und ziehe sie dann auf die linke Seite in deinen neu erstellten Ordner. Nun beginnt der Download und Fazilla beginnt, deine Backup-Dateien in deinen Ordner zu downloaden. Lasse nun dein FTP-Programm arbeiten. Je nach deiner Internetgeschwindigkeit kann es eine Weile dauern. Ist alles fertig, kannst du das Programm schließen. Ein lokales Backup wiederherstellen. Nun zeigen wir dir das genaue Gegenteil. Wie stellt man manuell ein Backup wieder her? Stoppe dafür als erstes deinen Server. Logge dich danach wieder mit einem FTP-Programm in deinen Server ein. Navigiere durch die Ordner ARC SE, Shooter Game und Saved. Hier sollten nun drei Ordner sein. Du kannst diese entweder löschen oder einen neuen Ordner erstellen, diesen zum Beispiel alt nennen und die drei Ordner in diesen verschieben. Damit sind die Ordner und die darin enthaltenen Dateien deaktiviert. Damit bereitest du deinen Server für das Backup vor. Gehe auf der linken Seite in deinen Backup-Ordner. Dort, wo du deine lokalen Backups gespeichert hast. Wähle nun alles aus und ziehe es auf die rechte Seite. Warte nun, bis alles fertig hochgeladen wurde. Je nach deiner Internetgeschwindigkeit kann es eine Weile dauern. Ist der Upload fertig, gehe nun auf deinen ARC-Server. Nun musst du schauen, ob du auch die richtige Map ausgewählt hast. Gehe in deinem Server-Control-Panel in die Allgemeineinstellungen. Scrolle nun nach unten und suche die Option Kartenname. Benutze das Dropdown-Menü für die richtige Karte. Übernehme deine Einstellungen und starte deinen Server neu. Dein Server lädt nun mit einem lokalen Backup. Mit Backups bist du in der Lage, immer sicherzustellen, dass du deinen Fortschritt nicht verlierst und dass dein Spiel immer richtig funktioniert. Mit diesem Video bist du nun in der Lage, jederzeit ein Backup von deinen Dateien wiederherzustellen und deinen Server damit zu reparieren. Die meisten Probleme sind mit einem Backup schon behoben. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Gebe dem Video ein Like, wenn es dir geholfen hat und abonniere unseren Kanal bzw. drücke die Glocke, um keine Tutorial-Videos von uns mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.